Warum dürfen wir eigentlich in der Schule filmen? Und was bedeutet eigentlich Sponsored bei die Schule Schrotzberg? Diese beiden Fragen wollen wir in diesem Video klären, weil es sich schon sicher viele von euch gefragt haben und weil wir auch selbst schon oft danach gefragt wurden. Willkommen zu diesem neuen Video. Fangen wir mit der ersten Frage an. Warum dürfen wir, heißt Lukas und ich, in der Schule filmen? Jeder von euch weiß ja, wie es jetzt gerade in der Schule momentan mit Handys aussieht. Die Handys müssen ja ganz ausgeschaltet sein, dürfen nicht mehr am Keurer getragen werden, nur noch in der Schultasche und ansonsten dürfen sie auch nicht benutzt werden. Und warum dürfen wir das dann benutzen? Erstens kann man ja eine ganz einfache Antwort sagen. Wir haben die Erlaubnis von der Schulleiterin Frau Korder, aber natürlich auch nur eingeschränkt. Das heißt, wenn wir in der Schule filmen, zum Beispiel ein Interview oder für einen Vlog, müssen wir natürlich auch die geltenden Datenschutzregeln einhalten. Aber auf die komme ich erst gleich zu sprechen. Da wir auch Schüler sind, müssen wir uns auch an die Regeln halten, wie jeder andere auch. Aber wir haben die Erlaubnis, das Handy zu nehmen, damit wir filmen. Allerdings müssen wir vor und nach dem Dreh das Handy, wie jeder andere Schüler auch, ganz normal komplett ausgeschalten haben und in unserer Schultasche verwahrt. Das heißt, wir dürfen das Handy nur benutzen, wenn wir auch wirklich etwas drehen. Ja, dann zu den Datenschutzregeln. Die Datenschutzregeln sind ungefähr so, wenn wir etwas filmen und ein paar Menschen nur Beiwerk sind, dann gilt das noch als regelkonform. Also es ist noch erlaubt, wenn die Menschen nur Beiwerk sind. Allerdings machen wir das meistens nicht. Wir bitten dann die Schüler und die Lehrer, aus dem Bild zu treten, weil dann halt auch oft welche darauf zu sehen sind, die das zum Beispiel nicht wollen. Und bei Menschenansammlungen, als zum Beispiel bei der Polonaise zu Fasching, dürfen wir auch filmen. Weil bei einer Menschenansammlung ist es einfach so, man filmt nicht explizit genau jemanden, sondern mehrere Menschen und dort ist es auch noch zulässig. Ansonsten, was verboten wäre, wenn wir eine Person filmen, die es nicht will und dann nur diese Person filmen ohne ihr Einverständnis eben. Und wie gesagt, für diese Gründe, was ich gerade genannt habe, haben wir das Vertrauen und das Einverständnis von Frau Korder. Da sind wir auch sehr dankbar dafür, dass wir das machen dürfen. Und ja, ich hoffe, der ein oder andere weiß jetzt, warum wir filmen dürfen. Und wie gesagt, wir müssen es auch eingeschränkt machen. Natürlich wie jeder andere Schüler auch. Dann zur zweiten Frage. Was bedeutet eigentlich Sponsored bei die Schule Schwarzberg? Und ja, viele werden es nicht glauben, aber das Sponsored ist tatsächlich ein kleines Easter Egg, das ich hier mal an dieser Stelle verraten werde, bevor hier noch irgendwie ein großer Shitstorm losgeht. Aber zur eigentlichen Frage. Was bedeutet Sponsored bei die Schule Schwarzberg? Ein Sponsor ist ja in der Regel immer jemand, der einem etwas zur Verfügung stellt. Und so ist es bei der Schule auch. Sie stellt uns einen Laptop zur Verfügung, außerdem ein Mikrofon mit Aufnahmegerät und Kamera, was wir halt alles so brauchen zur Aufnahme oder für unsere journalistischen Tätigkeiten. Das ist eigentlich schon die beantwortete Frage sozusagen. Das ist die Antwort. Mehr kann man eigentlich nicht dazu sagen. Die Schule stellt uns Material zur Verfügung, das wir dann für unsere journalistischen Zwecke anwenden. Ja, falls sich da irgendwer gewundert hat. Nein, wir kriegen kein Geld von der Schule und wir wollen auch kein Geld. Wir machen das hier ganz ehrenamtlich. Nur für euch, die das hier zusehen. Und wir hoffen, dass es euch gefällt. Ja, das war es dann eigentlich auch schon mit diesem Video, mit diesem kleinen Statement, kann man schon fast sagen. Und wir hoffen, dass es euch vielleicht ein bisschen aufgeklärt hat, was wir an journalistischen Tätigkeiten hier so dürfen und nicht. Gut, das war es jetzt mit diesem Video. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich bin jetzt raus. Tschüss.